Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin mal wieder auf meinem Hundespaziergang und es ist einfach so wunderschön, dass ich ein Video hier mache. Es ist jeden Tag immer wieder einfach eine absolute Bereicherung, wenn man sich von der Natur inspirieren lässt, insbesondere wenn du weißt, dass diese Magie, diese Magie, egal wo du sie gerade siehst, für dich und durch dich kreiert worden ist. Alles, was du siehst in deinem Leben, siehst du nur aus deinen Augen. Und jetzt mal krass, wenn Menschen eben ihr Augenlicht nicht haben oder ihr Augenlicht verloren haben, dann sehen sie ja trotzdem, sie sehen eben trotzdem und fast noch viel besser ihre innere Welt. Und es hat alles damit zu tun, was deine innere Welt hergibt, was du in deiner äußeren Welt wahrnehmen kannst. Und diese Magie, die du suchst, die ist in deinen Überzeugungen. Und nur dort allein ist deine ganze Kraft und deine Power. Das, was du glaubst und wovon du überzeugt bist, das, was du glaubst und wovon du überzeugt bist für dich, was für dich möglich ist, was für dich nicht möglich ist, was in der Welt möglich ist, was in der Welt vielleicht nicht möglich ist. All das ist deine Welt und all das ist eben die Magie. Und wenn du dir erlaubst, mehr für möglich zu halten, dich zu öffnen, größer zu werden, dann verändert sich alles. Und dann bist du magisch. Dann bist du eine magische Heiler, eine magische Heilerin. Dann kannst du magisch dein äußeres Erscheinen verändern. Dann kannst du deine Lebenssituation verändern. Dann kannst du deine Gefühle verändern, wie du dich fühlst. All das hat seinen Ursprung in dem, was du glaubst. Und von deinen ganz, ganz starken Überzeugungen. Du wirst nie gegen deine Überzeugung leben können. Du wirst nie Entscheidungen treffen können von Dingen, von denen du nicht überzeugt bist. Und dann ist es doch so einfach, das zu erkennen und einfach deine Überzeugung zu verändern. Und damit veränderst du alles. Alles, deine Überzeugung ist das, was du glaubst, was du für möglich erhältst. Und wenn du in den Raum der unbeschränkten Möglichkeiten eintrittst, ist es nur möglich, dort einzutreten, wenn du deine beschränkten Überzeugungen loslässt. Mit beschränkten Überzeugungen in einen Raum der unbeschränkten Möglichkeiten einzutreten. Das merkst du, da trittst du nicht ein in den Raum der unbeschränkten Möglichkeiten. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich zeige euch hier nochmal ein bisschen von meiner unbeschränkten Natur, die sich mir hier immer wieder zeigt. Es ist alles unbeschränkt, unbegrenzt. Wie ist es möglich, dass alles entstanden ist? Wie ist es möglich? Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber alle, die hier jetzt auch Dr. Jodie Spencer kennen, mit ihm in die Meditationen schon vielfach gehen, einsteigen in den Raum, wo du nicht zu niemandem bist, zu keiner Zeit, an keinem Ort, damit du wahrnimmst, dass die Wahrheit, die uns ausmacht, eben keine Beschränkungen hat, sondern unbeschränkt ist. Davon wirst du nur profitieren können, wenn du dein Denken, deinen Verstand, deine Überzeugungen auch auf Unbeschränktheit, es gibt keine Grenzen, trimmst, und du dir erlaubst, unbeschränkt zu denken, unbeschränkt, fühlst du dich dann auch. Du fühlst dich unbeschränkt. Und wenn du dich unbeschränkt fühlst, fühlst du dich magisch. Und diese magische Kraft geht von dir aus, wenn dein Denken darauf fokussiert ist, dass alles möglich ist. Dass du hier bist, um unbeschränkte Erfahrungen zu machen, unbeschränkte Möglichkeiten für dich in den Raum zu ziehen. Und jetzt ist der Moment, und ich möchte dich einfach daran erinnern, mach eine kleine Übung und schreibe alle Gedanken auf, die dich beschränken, und öffne sie. Mache unbeschränkte Gedanken daraus. Das ist nicht möglich, weil, das ist möglich, weil, schon hast du geöffnet, schon hast du dich geöffnet. Schon hast du dein Denken geöffnet, schon hat sich deine Welt geöffnet, schon hat sich alles verändert. Natürlich geht es nicht, wenn du das einmal machst und dann nachher denkst du, ein Blödsinn, und das mache ich nie wieder, ist doch trotzdem alles beschränkt, ist doch trotzdem für mich nicht möglich. Für mich ist alles anders, weil, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich die Ausbildung habe, weil ich diese Erfahrungen gemacht habe, weil ich diese Situationen erlebt habe. Das sind alles Gründe, denen du erlaubst, dich zu beschränken. Und das ist deine Entscheidung, das musst du nicht tun. Das musst du nicht tun. Und die Magie, diese Power der Magie, die entsteht genau dort, wenn du deine Gedanken öffnest, wenn du alles zur Seite legst, was dich einschränkt, an Geschichten, Erinnerungen und Überzeugungen, dann ist Magie möglich. Aber es ist nur das möglich, jetzt hör gut zu bitte, es ist nur das möglich, was du für wahr hältst. Ein ganz wichtiger Quote oder ein Sprichwort von Neville Goddard, nur das, was du für wahr und wirklich erachtest, wird sich in deiner Welt, in deinem Leben, in deiner Realität zeigen. Und wie einfach ist es dann einfach, die Dinge für wahr und wirklich zu erachten, die man sich wünscht. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach, die Theorie ist so einfach. Wenn dann nicht so viele entgegensprechende, gegenläufige Überzeugungen wären, die sich immer wieder in den Vordergrund drücken, wo du lernen darfst, diese zu handeln, wo du lernen darfst, damit umzugehen. Weil es ist eine Kunst, eine Kunst magisch zu sein, eine Kunst Magie zu verspüren, eine Kunst Magie zu versprühen. Und wenn du diejenige sein möchtest, die diese Kunst kann, dann musst du entscheiden, dass du an Magie glaubst. Dann musst du entscheiden, dass du daran glaubst, dass du die Welt magisch verändern kannst. Dass du hier bist, mit so viel Magie. Erinnere dich nur daran, wie magisch ein kleines Baby ist, wenn es einfach nur da liegt und lächelt. Die Magie, die das Baby ausstrahlt. Das ist die Magie, die in jedem von uns immer noch wohnt, die aber so bedeckt und verschüttet ist. Und wir sind hier. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen haben wir die ganze Scheiße im Außen, um zu erkennen, wo unsere eigene Kraft liegt, dass unsere Fähigkeit in unserem Denken, in unserer Vorstellungsgabe ist und nachdem wir es erkannt haben, dürfen wir lernen, das einzusetzen, das umzusetzen und daraus zu leben. Weil wir sind alle hier für ein geiles Leben. Alle, alle, alle. Und wir sind alle hier zu kapieren, dass es egal ist, wo wir herkommen, wo wir reingeboren worden sind, mit was für Anfangsausstattung wir unterwegs sind, dass das eben unerheblich ist. Dass es nur das erheblich ist, was wir für möglich halten, was wir für wahr halten und was für uns wichtig ist, was wir hier erleben wollen. Und das zu entscheiden, diese Macht und Kraft der Entscheidung. Wir sind alle, alle, alle. Keiner hat eine Ausnahme, keiner ist eine Ausnahme hier, um das zu erkennen. Um einfach zu erkennen, dass es furzegal ist, was da draußen passiert, dass es furzegal ist, was in deinem Leben jemals passiert ist, sondern dass der goldene, gegenwärtige Moment, der Moment der Magie ist. Und wie du in diese Magie eintreten kannst, das darfst du lernen, dazu bist du hier und dazu, wie lange muss man nicht noch quälen, wie lange musst du noch leiden, wie lange musst du dich noch scheiße fühlen, und dass du mir glaubst und einfach sagst, okay, wenn sie sagt, es ist für alle, dann ist es auch für mich. Wenn ich sage, es ist für alle, natürlich ist es für alle. Wir sind alle gleich. Wir sind schon immer alle gleich gewesen, nur diese ganzen Vorstellungen, die uns voneinander unterschiedlich scheinbar gemacht haben, sind eben nicht wahr. Sonst würdest du ja nicht hier sein und irgendwo immer noch suchen nach der Wahrheit. Weil die Wahrheit ist ganz klar, da, die Wahrheit ist genau dort, wo sie dich erhebt, wo du dich wohlfühlst, wo du glücklich bist, wo du alles für möglich hältst und wo du dich magisch fühlst, wo du dir erlaubst, dich als das Schönste und als das Beste und als das Wunderbarste Wesen auf Erden zu fühlen. Da ist deine Magie. Und dazu kannst du dich nicht fühlen, wenn du über dich irgendwas Eingeschränktes, Minderwertiges, Schlechtes glaubst. Du darfst dich grandios fühlen. Du darfst dich magisch fühlen. Du darfst dich perfekt fühlen, weil das ist die Idee, mit der du hierher gekommen bist und die Idee, an die du dich wieder erinnern darfst, an deine Wahrheit. Es ist so magisch, wenn Menschen diesen Funken spüren. Es ist so magisch, wenn du spürst, all das, was mich so klein und so traurig macht, all das, was mich so schlecht macht, all das, was mir so wehtut, gehört gar nicht zu mir. Hatte noch nie was mit mir zu tun. Hatte nur mit Vorstellungen und Überzeugungen in meinem Kopf zu tun. Dich auswechseln kann und zwar jeden Moment. Es ist ein Job, der jeden Moment eine Achtsamkeit, ein Bewusstsein, weil du bist ja dein Bewusstsein, dass du einfach tragen darfst. Ein magisches Bewusstsein. Einen göttlichen Verstand, nenne ich das auch. Und deswegen heißt es Mastermind, wo du das lernen darfst, wo du tief, tief, tief in deine Wahrheit hinein versinken darfst. Dein Kopf darf in eine Magie versinken. Dein Kopf darf magische Gedanken denken, damit es magische Ergebnisse gibt. Dieses Mastermind heißt Divine Mind, der göttliche Verstand. Der göttliche Verstand, der deine Wahrheit ist, den darfst du kennenlernen und dem darfst du mehr glauben, als dieser komischen Stimme oder dieser Überzeugung, die dir die Taschen volllabert und dir irgendwas erzählt, was dich ganz beschissen anfühlt. Also, ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen inspiriert für diesen wunderbaren Sonntag und wirklich geht durch die Welt wie ein Zauberstab. Ihr seid der Zauberstab, der die Welt kreiert. Jeder von uns kreiert seine Welt mit seinem eigenen Zauberstab. Und dieser Zauberstab, der wird gefüttert und gesteuert vor deiner Vorstellungskraft und vor dem, was du für wahr hältst. Okay. Ihr Lieben, seid empowered, seid bekräftigt. Schaut auf diesen riesengroßen Berg und wisst, dass ihr ihn versetzen könnt. mit euren Gedanken. Deine Gedanken versetzen Berge. So ist das. Also, wir versetzen Berge durch unsere Gedanken und unsere Gedanken sind so kraftvoll, wenn sie eben aus dem Herzen heraus, aus der Liebe, aus der Perfektion, aus der Magie, aus dem Wohlfühlen heraus entstehen. Also, ich freue mich auf alle, die sich bei mir melden und wirklich diesen Schritt wagen. Und ihr werdet so begeistert sein von dem, was alles möglich ist, was alles wahr ist und was alles in euch steckt. Das ist grenzenlos. Grenzenlos. Lasst uns grenzenlos sein. Lasst uns die grenzenlose Schönheit hier auf Erden bringen und sie leben. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020